Guten Morgen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Bundestag debattiert am Morgen über weitere Milliardenhilfen in der Corona-Krise. In erster Lesung geht es unter anderem um einen einmaligen Zuschlag beim Kindergeld in Höhe von 150 Euro. Den gleichen Betrag sollen auch Bedürftige wie Hartz-IV-Empfänger bekommen. Weiter ist vorgesehen, dass Firmen Verluste aus Pandemiezeiten leichter mit früheren Gewinnen verrechnen können. Außerdem geht es darum, dass der Bundestag künftig spätestens nach drei Monaten entscheiden soll, ob eine epidemische Lage im Bundesgebiet fortbesteht. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist weiter rückläufig. Dem Robert-Koch-Institut wurden innerhalb von 24 Stunden 9.860 Fälle gemeldet, gut 3.000 weniger als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, sank auf 62. Ab einem Wert von 35 soll es zu umfangreichen Öffnungen kommen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer erklärte im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF, sollte der Wert später wieder steigen, werde nicht sofort alles geschlossen. Wir werden sicherlich darüber auch nochmal sprechen am 3. März. Aber in unserem Stufenplan ist es schon so vorgesehen, dass man nicht direkt bei 35 wieder schließt, sondern dass es tatsächlich dann wieder ein ganzes Stück auch hochgehen kann. Allerdings wird darauf ganz, ganz genau geschaut. Denn es ist schon vollkommen klar, was haben wir gelernt aus der Vergangenheit? Wir müssen sehr früh dann intervenieren, wenn die Zahlen wieder hochgehen. Wir müssen die Zahlen einfach unter Kontrolle halten. Ich denke aber, dass wir das gut hinbekommen, denn der Einzelhandel ist ja sehr, sehr gut gewappnet. Der hat es in der Vergangenheit auch gut gemacht. Das heißt, wenn die Inzidenz erreicht ist, können wir diesen Schritt wirklich auch wagen, ohne leichtfertig dabei zu sein. Wer ein größeres Gebäude baut oder renoviert, muss künftig unter bestimmten Umständen Ladestellen für Elektroautos bereitstellen. Das hat der Bundestag gestern Abend beschlossen. Das neue Gesetz schreibt vor, dass bei Wohngebäuden mit mehr als zehn Stellplätzen künftig alle mit der Leitungsinfrastruktur für Elektromobilität ausgestattet werden sollen. Zusätzlich soll es mindestens einen Ladepunkt geben. AfD und FDP warnten vor den Kosten, den Grünen gehen die Vorschriften nicht weit genug. Nach dem Putsch in Myanmar halten die Proteste gegen die Militärregierung an. Wie hier in der Stadt Yangon gingen landesweit hunderttausende Menschen auf die Straße und forderten die Freilassung der festgesetzten de facto Regierungschefin Naong Sang-Soo-Chi. Ihre Partei hatte die Wahlen im November gewonnen. In der Stadt Mol-Yim-Yang soll die Polizei Gummigeschosse auf Demonstranten gefeuert haben. Mindestens drei Menschen seien verletzt worden, berichtet die Agentur Reuters. Der FC Bayern München hat zum zweiten Mal nach 2013 die Klub-WM gewonnen. In Katar schlug der deutsche Fußball-Rekordmeister die Tigris aus Mexiko mit 1 zu 0. Das Tor erzielte Verteidiger Pavan in der 59. Minute. Binnen eines Jahres holten die Bayern damit ihren sechsten Titel. Der Chase-Pianist Chick Corea ist tot. Wie sein Management bestätigte, starb Corea Bright am Dienstag im Alter von 79 Jahren. In seiner Musiker-Karriere gewann er insgesamt 23 Grammys. Ende der 1960er Jahre holte Trompeter Miles Davis ihn in seine Band. Corea hatte großen Einfluss bei der Fusion von Jazz und Rock. Legendär ist sein Live-Album, das 1978 auf einer Tour mit dem Pianisten Herbie Hancock entstand. Und hier noch die Wetteraussichten. Viel Sonnenschein, streckenweise wolkenlos im Osten. Einige Wolken und örtlich Schneeschauer, minus 10 bis 0 Grad. Bei teilweise Bögen Nordostwind. Und die Tagesschau meldet sich wieder um 12 Uhr. Hier geht's weiter mit Live nach Neun mit Isabel Varell und Peter Grossmann. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.